Immer nachts kommt es über ihn. Ein Killer, der in deiner Uniform durch die Stadt läuft. Immer nachts kriecht er aus seinem Versteck. Das einzige, was wir haben, ist Ihre Aussage. Immer nachts sucht er sich seine Opfer. Wir brauchen Beweise, dass dieses Phantom existiert. Von Fall zu Fall. Stubbe und der Geisterpolizist. Um 20.15 Uhr. Samstagskrimi im ZDF.